wir müssen auf dem Pist jetzt liegt in der Luft von Rundfunk das ist natürlich mit einem Getötet zu Fühl dich Ja Super genau Jetzt haben wir auch noch einen guten Flugzeugflieger hier Glaub's nicht mehr Es ist so kackt, dass du Messer nur 15 Schaden machst in vorne Ja, hab ich gesehen Ich hab gesehen, wie es den weg geschossen hat Entschuldigt, wenn mal einer mit drauf geht, nö Ich hab das Flugzeug, glaub ich, down Cool Ja Ja Also Das von Das wurde ich von allen Seiten angebohlt Jee, schon angefangen, sehr schön Wer war oder What the fuck Naja Hamburg verloren Dann Naja Ich bin schon Weil ich bin trotzdem das Tausend Team mit nur 4 zu 10 Ich bin Ja, mir wird nochmal hier Wir tun mal kurz, Jörner, Lobby wechseln und bis schon gleich Ja, Leute Also mal zurück, hier wenn das hier capture zu fleck glaube ich ja und wo ist das hier buchenbucht abgucken ob man das schon erschaffen und da hat es gerade gummibärchen gemeint ich bin schon wieder da ich kann ja man nicht einfach machen also ich wünschen sorgen lobby ist wahrscheinlich voll oder so ja wir haben die feindliche flagge wir haben jetzt dieses scharfschützen gekauft ob er noch schnell feiern für wie lange ein tag oder was okay so ersten die kürze ich komme mit dem raketen überhaupt nicht klar wieso nicht weil ich mache damit überhaupt nicht drückt damit irgendwie nie so ja nachher ist er noch einer gut na gut ob er gab ihm abgeschüttet er zweimal die Flanke geholt schon Pompidose nicht mehr und zu ziehen ich mache einen Schaden jetzt bin ich tot na ich glaube dann haben sie sich das erste Mal die Flagge geholt hier da die mit dem scheiß Panzer gekommen sind und abgelenkt haben wie Sau aber naja muss ja auch mal sein man kann ja nicht immer nur gewinnen mal schnell nachladen hier und tot ja sag ich doch man sieht dich es braucht hier Veröffentliche nebenbei am Strand lang ob ich ein Typen Krieger weil der läuft nämlich nur wenn ich jetzt mit dem Auto schneide und mehr fahre kann man den Typen mit der Flagge hier getötet wenn sie einfach auf der Flagge stehen bleiben und die fänden oder die müssen ja jetzt wieder einnehmen damit die den Punkt holen können und du siehst ja da oben das komische Ausrufezeichen das läuft ja ab und wenn das abgelaufen ist ist die wieder zurück bei uns in der Späße das habe ich mit einem HP überlebt aber das ist ja gar nicht da kommt schon fahrlosen Kamerad weil ich nix mache ist ich gerade nebenbei ein paar Erdnusser da hast du es drauf Junge das einzige was mich übelst nervt ist dass man so langsam läuft ja und man kann nicht sprinten das auch ein bisschen schaden ja gut du kannst du noch ich bin ja glaube wenn du aufgelevelt hast kannst du oder allgemein jeder kann springen da gibt so einen sowas wie das Schutzschild was ich jetzt hab und da kann sie dann Sprinten aktivieren n soll er werden müssen dies geistig aber zurück was es gibt naja aber ich meistens als man hat so wichtig sein muss die Kanton wer keine Ahnung das sind die von Kaufland aus dem Beutel und es nennt sich die Kannte bestätig nach einem Gegnerpanzer und wenn er eine Heistelle wird nachher 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 die Gänse einstellen die Ausbau Ja, keine Ahnung. Ah, so. Oh. Kill! Wir haben unsere Flacke! Double Kill! Enrage! Gummibärchen als Belohnung! worth of time Das ist ekelhaft! Ja, wenn wir mal irgendwie mit dem Bau von Lehm bent oder so Gitten und so die trafik why wir haben sie 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 schweißer naja egal nun aber ich müsste man überfahren für die herausforderung nur mit dem Auto schnappen n n unterbomber n ein und zwar kippel ohne dass das dort gesehen hat das gut nur ein hat uns so flackert ja noch zehn Sekunden aber mir gewonnen er sagt sich schon mal leute dank fürs zu gucken und wir sehen uns an das nächste mal wieder wenn es heißt aber wir sehen uns an das nächste Mal wieder bis zum nächsten Mal